Aufstieg ist das Thema bei der heutigen Diskussion. Ich glaube, Deutschland ist oft sehr oft von Angst geprägt. In der Vergangenheit Klima, Migration, jetzt Corona. Wichtig ist, dass wir wieder rationale Distanz haben. Ich habe das Empörung genannt und Optimismus. Das ist die Voraussetzung, dass es wieder aufwärts geht in unserem Land. Talents, Technology and Tolerance, hat ein US-Ökonom gesagt. Das brauchen wir wieder in unserem Land, damit es wieder nach vorne geht.